Morgen. Und nicht Papa. Katinka, seit du auf der Welt bist, bist du davon überzeugt, dass dein Vater ein Heiliger ist. Aber du kannst ihn doch nicht einfach nach 25 Jahren vor die Tür setzen und... Ich meine, wo soll er denn jetzt wohnen? Auf seiner Yacht zum Beispiel. Und wenn Papa sich entschuldigt und die Yacht wieder verkauft? Es gibt nichts, womit er sich entschuldigen könnte. Katrin. Das ist Pietro. Buonasera. Pietro, das ist meine Tochter Katrin. Guten Abend. Sie habe ich doch schon mal gesehen, oder? Er war in der Akademie? Ja, also ich gehe dann ins Bett. Was? Gute. Was, ich eigentlich sage das, also? Ja, ich bin nicht einmal im Glanke, so ich gehe. Schöne zu können rauskennen, dass die VW-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH-OH. Das war's für heute. Musik The country of India No kidding No kidding Good God How old are you? I'm 24 24 Uh huh UK India, UK USA Uh huh You need a husband? Like for your For all your You know For all my needs Yeah possibly